Das waren die Rembrandts aus Los Angeles mit Just the way it is. Und jetzt wollte ich fast schon sagen, die Rembrandts so eine klassische Eintagsfliege. Aber das stimmt gar nicht so wirklich. Gut, der Song, wahnsinnig bekannt, unglaublich erfolgreich. Aber da gibt es noch einen anderen. Er hat sich nicht ganz so oft verkauft, ist aber eigentlich bekannter. Warum ist das so, würde ich dir fragen? Nun, er ist die Titelmelodie einer sehr, sehr tollen, zuckersüßen Fernsehserie, nämlich Friends. I'll be there for you. Das sind die Rembrandts. Jetzt geht es weiter mit DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Wer ist der Fresh Prince? Richtig, Will Smith. Und das waren seine ersten zarten Gehversuche. Da gab es ja schon diese Serie, der Prince Prince von Bel Air. Und gerappt hat er da auch schon. Noch ein bisschen Hölzern. Aber mittlerweile ist Will Smith ja einer der Superstars, sowohl als Schauspieler als auch als Musiker. Aber diese Nummer, die wir jetzt hörten, die war sehr entspannt. Muss ich wirklich sagen, da hätte sich auch LL Coolchair gefreut oder ein anderer, wenn er diesen Track geschrieben hätte. Summertime. DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. Das war ein Kraftwerk mit The Robots. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, was haben die bei 20 Years on MTV im Jahr 91 verloren? Ja, das Album. Ursprünglich erschien ja 78, Mensch Maschine. Aber der Song wurde 91 auf Englisch nochmal wieder veröffentlicht. Und wir nutzen ja jede Gelegenheit, um Kraftwerk bei 20 Years einzubauen. Es gibt ja sehr, sehr wenige. Das ist eine davon. Jetzt geht es weiter mit OMD. Die haben wir immer gerne dabei. Orchestral Maneuvers in the Dark. Großartige Platten gemacht in den 80ern. Dann gießen sie in den 90ern so langsam dahin. 91 erschien ein Album namens Sugar Tax. Das war eher so mittelmäßig. Aber er hat einen Riesenhit abgeworfen, nämlich Sailing on the Seven Seas. Das war Dr. Alban mit Hello Africa. Ich habe mich ja damals immer gefragt, so, warum heißt denn der Doktor? Wie scheiße ist denn das eigentlich? Bis ich dann mal erfahren habe, dass er vollkommen zu Recht einen Doktor im Namen trägt. Denn er hat Zahnmedizin studiert und das auch zu Ende. Ist also Zahnarzt, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob er das jetzt wieder macht. Seinen alten Beruf ergriffen hat. Er hat ja dazwischendurch immer mal versucht, nochmal einen Hit nachzulegen. Das ist ihm auch teilweise gelungen. Aber vielleicht ist er jetzt in Schweden, da wo er eigentlich herkommt und bohrt in irgendwelchen Zähnen rum. Ja. Jetzt geht es weiter mit Jesus Loves You. Hinter dem Projekt steckt ja kein anderer als Boy George, ehemals Frontmann vom Culture Club. Er war mäßig erfolgreich mit diesem Projekt. Aber es gab einen netten Hit im Jahr 91. Bow Down Mister. Das war Madonna mit Justify My Love. Ein heißes Video. Wurde damals kaum gespielt, weil zu explizit. Aber jetzt geht das ja, ne? Die Zeiten haben sich geändert. Der Song war zu finden auf die Immaculate Collection, einer Singlesammlung, also keinem regulären Studioalbum. Und mitgeschrieben wurde er überraschenderweise von einem gewissen Lenny Kravitz, dessen Stern war damals gerade eben aufgehen. Aber so richtig kannte den noch keiner. Aber tolles, zeitloses Stück Musik. Wirklich, muss man sagen. Jetzt überlege ich gerade mal, was habe ich eigentlich 91 gemacht. Ein Jahr, das ich weitestgehend ausgeblendet habe. Es muss öde gewesen sein. Ja, ich war Student, Bummelstudent auf Magister. Habe immer geschlafen, glaube ich, bis elf. Dann ein bisschen Arzneimittel ausgefahren. Dann kurz in der Uni vorbeigeschaut. Und dann so rumgehangen. Und Pizza bestellt. Ich glaube, ich habe damals 80 Kilo gewogen, weil mir so einerlei war. Das sind Geschichten. Gut, nächste Woche mehr darüber. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.